Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag der 13. Aber ich kann die These, dass der Freitag der 13. ein schlechter Tag ist, widerlegen. Denn Freitag den 13. 2015 bin ich mit meinem Mann zusammengekommen. Und seitdem bin ich mir sicher, dass der Freitag der 13. nicht nur ein Schreckens-Tag ist. Oh Mensch, Freitag der 13.